Hier waren noch ein paar lustige Sachen. Kiste? Rüstung wahrscheinlich. Ach so! Hey Schätzchen, du musst auf eine Spolztour. Okay, zurück an die Arbeit. Wie geil ist das denn bitte? Nochmal. War ein Easter Egg oder was? Geil, ein richtig geiles Easter Egg. Geht nur einmal, schade. Aber nice. Hammerhart.